Hallo zusammen, es ist wieder soweit. Wir haben Videomittwoch und heute geht es mal wieder um ein ganz, ganz tolles Einzelöl, nämlich um Fennel. Fennel ist ein Fenchelöl und das Thema ist heute Fenchel, das Öl der Verantwortlichkeit. Ja, Fenchel ist ein, ja, in meiner Welt ein ganz, ganz wunderbarer Duft, also ich liebe Fenchel. Ich mochte schon als Kind wesentlich lieber Fenchel-Tee als Pfefferminztee, also von daher Fenchel ein ganz, ganz tolles Öl. Ja, und wir fangen wieder an mit, oder ich fange wieder an, mit Fenchel, wie wirkt Fenchel oder Fenchelöl auf unseren Körper? Also, es ist super gut bei Bauchschmerzen, also man kann mit Fenchelöl den Bauch einreiben. Für die Bauchspeicheldrüse und ist es sehr unterstützend bei Blasenentzündung, bei Bluterguss, bei Darmkrämpfen, Darmparasiten und Durchfall, bei Erbrechen, bei Flatulenzen, bei Gastritis, fürs Gewebe, in dem es eben die, eine Toxinreinigung ist. Bei Gicht, bei, es ist hormonausgleichend, dann hilft es bei Laktoseintoleranz, bei Nierensteinen, Ohrenschmerzen, Parasiten allgemein, Prellungen, Zur Revitalisierung, Revitalisierung, Entschuldigung, der Haut, in der Stillzeit erhöht es die Milchproduktion. Ja, und auf unser emotionales System, also auf unsere Emotionen, ist es eben das Öl der Verantwortlichkeit, weil es unterstützt bei Lustlosigkeit, wenn wir nicht bereit sind, die Verantwortung für uns zu übernehmen, sich selbst oder sein Leben zu übernehmen. Also die Verantwortung für uns selbst, für unser Leben, da mal genau hinzuschauen. Viele sind ja immer im Außen und so, haben wir ja, das ist Schuld und das ist Schuld und der ist Schuld und ich habe ja gar keine Schuld, so ungefähr, sondern da wirklich mal genau hinschauen und die Verantwortung eben zu übernehmen. Ja, dann noch für schamvoll, schwache Selbstbezug, also sich selbst zu mögen, also ihr merkt schon, Fähnchen ist auch wieder ein Öl der Selbstliebe, bei Gefühllosigkeit oder seinen eigenen Körpersignale schlecht wahrzunehmen, also seinen Körper insofern schlecht wahrzunehmen, indem wir einiges wegdrücken, indem wir wieder im Außen sind, das war das Schuld oder ich habe zu wenig geschlafen. Ja, also immer eben im Außensein und nicht in sich selber und bei sich selber mal nachzuschauen, mal genauer hinzuschauen, sich selber mal zu reflektieren und wirklich zu schauen, was will mir mein Körper sagen, was wollen mir die Situationen in meinem Leben sagen, warum ziehe ich die und die Situation oder die oder die Menschen an. Da mal wirklich genau hinzuschauen. Fähnchen ist aber auch ein ganz, ganz tolles Öl, was die Nerven beruhigt und es wirkt auch bei Schlaflosigkeit. Und Fähnchen ist ganz, ganz toll für den Diffuser, also habe ich ja schon öfters erzählt, der Vernebler, der Infrarotvernebler, der die Raumluft wunderbar verändert. Und da wirkt eben Fähnchen wie so ein Nerventonikum. Fähnchen beruhigt auch unheimlich die Nerven. Und der angenehme Duft eben des Fähnchenöls, der, ja, der verbreitet eine Aura und die, ja, sorgt für Geborgenheit und eben zur Nervenberuhigung. Und gleich gibt es noch eine sehr, sehr schöne Affirmation zum Fähnchenöl. Und, also es ist wirklich ein, ja, sehr runterkommendes Öl. Wie immer, Fähnchenöl auch ein ganz, ganz tolles Öl für die Meditation. Für mich hat Fähnchenöl, und das verrate ich heute, noch eine ganz andere Wirkung. Und die, die mich kennen von euch, die wissen, dass ich Lakritze liebe. Ich liebe wirklich Lakritze zu essen. Und wir leben hier noch in Bayern. Ich kann sagen noch, weil in drei Wochen startet unser Umzug zurück ins Rheinland, wo wir uns schon sehr, sehr drauf freuen. Und im Rheinland gibt es wieder Lakritze, weil hier in Bayern gibt es, also die Bayern mögen keine Lakritze, und es gibt hier wirklich ganz, ganz wenig Lakritze zu kaufen. Und die Lakritze, die ich liebe, die gibt es eben nicht in Bayern. So, und jetzt bin ich ja wirklich auch dabei, sehr auf meine Ernährung zu achten. Was nicht heißt, dass ich wie ein Mönch lebe, sondern ich esse schon auch gerne mal ein Stück Kuchen, oder gerne ein Stück Schokolade, nur einfach in Maßen. Und ich achte einfach darauf, wie viel und was ich esse. Und wenn mich dann die Lust nach Lakritze überkommt, und ich ja keine Lakritze habe, dann setze ich mich wirklich hin und inhaliere wirklich das Fentilöl, weil das riecht so lakritzig für mich, meine Nase in meiner Welt. Für jeden ist der Duft, nehmt den ja anders wahr. Und ich glaube, dass es mir wirklich hilft, meine Lakritzgelüste zu stillen. Also es ist ganz spannend. Dadurch bin ich dem Fentilöl für mich sehr, sehr dankbar. So, das von mir jetzt die Affirmation. Ich fühle mich sicher und geborgen und kann mir erlauben, meine Gefühle zu zeigen. Das ist etwas, was mir immer wieder auffällt, und das hat auch ganz viel mit der Selbstliebe zu tun, dass den Menschen genau das schwerfällt. Seine Gefühle zu zeigen, das zuzulassen, und das ist ganz egal, welches es gefühlt, das kann sein, das Gefühl der Freude, der Begeisterung. Habt ihr mal gesehen oder darauf geachtet, wie Kinder sich freuen können, wie Kinder begeistert sein können, wie Kinder wirklich Sachen wahrnehmen und ihre Begeisterung zeigen. Und wie viele Erwachsene können das noch? Wie Kinder ihre Wut und ihre Trauer zeigen. Und das heißt jetzt nicht, dass Erwachsene wütend durch die Gegend laufen sollen, sondern aber die Wut wirklich, ich habe auch schon Videos darüber gedreht, die Wut wirklich zuzulassen, zu sagen, ja, Wut, du gehörst zu mir, du bist ein Teil von mir, und du darfst sein und damit das anzunehmen für sich. Und ich habe letzte Woche, ja, am letzten Mittwoch, hatte ich eben ein Erlebnis, weil wie gesagt, wir ziehen in drei Wochen zurück ins Rheinland und ich habe, ja, es geht jetzt eben darum, dass ich einigen meiner Kunden eben mitteilen darf, dass ich nicht mehr komme. Und eine meiner Kundinnen, da war ich letzte Woche Mittwoch, das letzte Mal, weil sie jetzt in Urlaub fährt, und sie hat wirklich geweint. und das hat mich sehr, sehr, sehr bewegt, weil sie einfach ihre Gefühle zugelassen hat. Sie hat einfach gesagt, boah, ich muss mich immer mal, sie ist schon sehr, sehr alt, also sie ist schon Mitte 80, und sie muss einfach im Moment sehr, sehr viele Verabschiedungen hinnehmen von Menschen, die einfach auch sterben, von Freunden, die sterben. Und da sagt sie, und jetzt gehen sie auch. Und das meine ich wirklich mit Gefühl mal zuzulassen. Das heißt nicht, Gefühle zuzulassen, dass wir anfangen zu jammern oder anfangen in die Opferrolle oder in die Trauer reinzugehen, so ich armes Haschilein, es geht nicht. Den meine ich nicht. Sondern ich meine wirklich für sich, das einfach mal zuzulassen, die Trauer zuzulassen, die Trauer anzunehmen, zu sagen, ja, du bist ein Teil von mir, es ist okay, ich darf jetzt auch mal traurig sein, und dann zu sagen, okay, das ist die Trauer, und was ist schön in meinem Leben? Wo geht jetzt meine Aufmerksamkeit wieder drauf hin? Was ist schön? Was ist gut? Und ich habe auch zu der Kundin dann gesagt, es wird ein ganz, ganz, ganz toller, neuer Mensch in ihr Leben kommen, anstelle von mir, und sie werden genauso glücklich sein, und es ist alles gut. Und ja, ab einem gewissen Alter müssen wir einfach auch Verabschiedungen mehr erleben, in Kauf nehmen, als vielleicht als junger Mensch. Genau. und Fenchel hilft wirklich, also mir ungemein, und in diesem Sinne, ja, danke ich dir, wie immer, an dieser Stelle, von Herzen, dafür, dass du dir meine Videos anschaust, wie immer, ich freue mich sehr, wenn du sie teilst, damit die Botschaft in die Welt rausgetragen wird, damit wir einfach bewusster werden, damit wir einfach mal lernen und verstehen, wie sehr uns eben solche ätherischen Öle, was ja für mich die Seele der Pflanze sind, wie die uns im Alltag, im Leben unterstützen können. unterstützen können, unseren Weg zu gehen, auf unserem Weg zu bleiben, für die, die ihn schon haben, und wirklich, es sind kleine Helfer, und sie können uns bei ganz, ganz, ganz vielen Sachen helfen, und zwar auf der körperlichen Ebene, auf der geistigen Ebene, und eben auf unserer seelischen Ebene. In diesem Sinne, freue ich mich auf dich, nächste Woche wieder, nächste Woche gibt es ein ganz, ganz, ganz tolles Öl, wo ich drüber spreche, oh, das liebe ich auch. In diesem Sinne, sei gespannt, und wir sehen uns wieder. Bis dahin, eine schöne Zeit, danke, deine Sandra.